Chancengleichheit ist in der heutigen Zeit ein Schlüsselwort, das in jedem Unternehmen seinen Platz finden sollte. Hier geht es vor allem um das Thema Wertschätzung. Wertschätzung wirklich für unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Geschlechter, unterschiedliche Altersgruppen, dass man einfach diese Benefits, die jeder einbringt, auch wirklich als Unternehmen nutzt und auch am Arbeitsmarkt ganz klar wirklich verschiedene Gruppen auch anspricht und nicht gezielt nur auf eine sie fokussiert. Wir haben in der Salzburger AG eine Initiative gestartet zur Chancengleichheit, nennt sie Hashtag die Zukunft und mit voller Power geben wir da die Themen ein um Vielfalt im Unternehmen zu fördern, zu stärken, Personen zu stärken, Strukturen zu verändern und wir haben sehr sehr viele Erfolge in den letzten zwei Jahren erreicht als Unternehmen. Ein großes Thema ist das flexible Arbeitszeitmodell, von dem vor allem Eltern sehr profitieren. Ich bin jetzt frisch aus der Karenz wieder zurück und ich kann im Homeoffice arbeiten und im Büro, und habe da eine super Abstimmung mit meiner Vorgesetzten. Mit Kind ist einfach so vieles unplanbar und da hilft einem einfach ein Arbeitgeber, der da Verständnis hat. Jetzt nochmal wieder ein Stück nach zweieinhalb Jahren, ich bin bei der Tür eingegangen und es war, als wäre ich niemals weg gewesen. Es war so schön. Natürlich haben sich viele Sachen geändert und erneuert und es ist wirklich viel weiter gegangen in der Zeit, aber das Herzliche und der Zusammenhalt und die Leute, der ist einfach nach wie vor da und das hat mich einfach voll gefreut. Leonid Sitz macht im ersten Lehrjahr eine Ausbildung im Bereich Metalltechnik und Maschinenbau. Sie und viele andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen in der Salzburg AG Mentorinnen und Mentoren zur Seite gestellt, um sich im Unternehmen schnell zurechtzufinden. Mittags drohen, dass ich eine Mentorin bekomme, weil ich nachher viel mit ihr reden kann, mich bei ihr melden kann und ich mit ihr meine ganzen Probleme besprechen kann. Das, was mir am meisten Spaß macht in meinem Job ist, also mit vielen Maschinen, Zendoren und auch mit Werkzeug. Seit zehn Jahren ist Lilia Glamutschak bereits O-Bus-Lenkerin aus Leidenschaft. Dass sie einen Job in einer Männerdomäne hat, ist für sie kein Problem, denn die Unterstützung des Teams ist ihr sicher. Mein Beruf machen immer noch sehr wenig Frauen. Das sind bei uns knappe zehn Prozent und ich möchte gerne mehr Frauen dazu ermutigen, das zu machen. Als Frau in meiner Firma fühlt man sich sehr gut aufgehoben, weil unsere männlichen Kollegen, sie sind sehr hilfsbereit und man ist nie allein gelassen. Ein großes Thema für viele Familien sind auch die Sommerferien. Die Salzburger AG hat sich deshalb ein vielschichtiges Ferienbetreuungsprogramm überlegt. Ja, die Ferienbetreuung ist ganz wichtig, weil neun Wochen Ferien sind zum Überbrücken und man möchte auch, dass die Kinder ein ordentliches Programm immer in den Ferien haben. Und letztes Jahr waren meine beiden Kinder im Adventurecamp und das hat ihnen sehr gut gefallen. Da haben sie verschiedene Stationen der Salzburger AG kennengelernt. Das, was natürlich für uns Eltern auch schön ist, dass sie sehen, wo wir arbeiten, was die Firma so macht und heuer überlegen sie sich, ob sie das Robocamp machen. Beim Robocamp bauen die Kinder in Kleingruppen über mehrere Tage gemeinsam kleine Roboter und lernen viel rund ums Thema Digitalisierung und Robotik, flexible Arbeitszeiten, Ferienbetreuung oder Unterstützung durch Mentoring. Die Salzburger AG bemüht sich, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich auf ihrem persönlichen Karriereweg zu unterstützen. Wenn Sie Lust auf einen Job in der Salzburger AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at-karriere Die Salzburger AG